Und herzlich willkommen bei einer ganz neuen Folge The Forest! Ich will jetzt mal vorstellen, Phoenix Darrow ist wieder mit an Bord und der Ostwind natürlich und meiner Wenigkeit der Victim of Games! Lasst mich raus ey, Türsteher! Nichts gibt's, hier zu! So Leute, wir warten aber noch bis Tag ist, oder? Ich setz mich erst noch mal kurz hin. Komm, setzt euch doch zu mir! Weil wenn die Leute einen angucken, die machen einen übelsten Buckel! Das ist der Hammer! Als hättet ihr echt einen Hexenschuss oder so, keine Ahnung! Mir gefällt doch dieser stumpfe Gesichtsausdruck! Also, ihr sitzt gerade so... Die schauen alle wie ein Auto! Wie so ein Busfahrer! Äh, genau! Also, ich wollte jetzt nach oben im Linksbums noch einen Water Collector bauen. Guck, guck, guck! Achja, ähm... Soll ich mal hier einen noch mit hinstellen? Ja, bau hin! Ne, äh, bau sie mal in die Höhe! Weil du weißt nicht, was da unten mal passiert! Stimmt, vielleicht sollten wir oben welchen bauen! Okay! Ich hab auch keinen Bock immer so weit runter zu laufen! Dingens! Ich hab ja auch so'n Dingens! Bau ich auch mal eins! Ich bin echt langsam so ne faule Sau geworden! Ich baue jetzt hier eins hin! Kann ich hier auch eins? Ähm... Special Edition Beautiful Waterfalls New Rope Guide! Äh... Da wollt ich doch auch nicht hin! So, dann machen wir einfach einen Blueprint hin! Dann haue ich hier den, den, den... Äh... Turtleshell rein! Turtleshell? Turtleshell! Ich hab auch einen einstecken! Warte mal, jetzt muss ich mich so komisch bewegen, dass ich das Teil sehe! Äh... Von der Plattform wundervoll! Oh, 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 oh! Das ist... Ich steh grad in der Luft! Ich hab Angst, mich falsch zu bewegen! Okay, gut! Alles gut! Und ich kann den nur wohin stellen! Fertig! Nur unten auf dem Boden! Also hier oben stehen jetzt nur zwei drinnen! Ja, ich... Ich lass das mal bei mir, weil ich kann keinen stellen! Okay! Komisch! So, da haben wir jetzt hier oben zwei Stück auf jeden Fall! Unten haben wir drei oder vier, gell? Ähm... Hier oben kann ich einen hinstellen! Ähm... Was steht das? Wir schrieben mal auf die Plattform! Und auf die Plattform hier drüben! Also bei mir kann ich nichts auf die Plattform stellen! Äh... Doch, ich jetzt schon! Da wo... Wo der Ding steht, oder? Äh... Komm mal hier rüber und probier mal bei mir! Also hier unten haben wir drei Stück stehen! Komm mal bei mir rüber und probier mal hier neben das Licht irgendwie einzubauen! Es wird hell! Hm... Gehts? Äh... Warte los. Hä? Hä? Hä, Hä ric? Das ist in der Plattform drinnen?! Wie! Da hängt eine Plattform drin! Ey, da kannst du schon mit C! Das so hab ich gerade eben gemacht! Nex Dry! Ich nehm Nummer 2. So sehr gut, oder? Was sagst du? Ja, sieht schön aus. So, Holz hacken, hab ich gehört. Ist das schon wieder höher? Ich hab ja hier drüber auf der linken Seite, auf der anderen Seite vom Fluss hab ich ja schon angefangen gehabt. Können wir mit Holz durchs Wasser, ging das? Ich glaub's, also ich bin grad am probieren. Willst du jetzt mit den Schildern durchfahren? Ey, krass. Scheiße. Was ist denn, abgestoffen? Ja. Ich hab doch hier irgendwo angefangen. Ich hab ihn aber wieder. Ach, also mit dem Ding können wir nicht rüber. Ja, aber wenn, warte mal, probieren wir vielleicht, dass du den da drüben am Ufer stehen lässt und... Ja, mach mal. Wir sind ja zu dritt, das geht jetzt eben so schneller. Den Baum kannst du ja wieder nicht fällen. Ich probier mal. Durchs Wasser, wenn das nicht geht. Den schweißen wir selber rüber. Ne, es geht. Cool. Also hacken wir jetzt mal wie die Blöden, ne? Genau, wir sind zu dritt, das geht das jetzt relativ. Wir sind die Doofen. Wer hustet denn da? Saskia, Ruhe. Warum hacken wir nicht? Ist so blöd. Mach keine Ausdauer. Oh, mir fällt ein Bruch. Voll der Baum auf den Kopf gefallen. Welche dreckige Sau. Christian. Christian. Willst du dich retten? Okay. Ihr müsst mir erst mal ein Energy Drink aufmachen. Baum. Was Baum? Hier stehen so viele Bäume. Ich bin schon wieder außer Atem. Ich hau mir noch so eine No-Name Energy Drink rein. Sag mal, was machen die überhaupt mit den Dosen? Wir müssen die doch abgeben, da gibt es noch 25 Cent Fun drauf, oder? Hey, die, 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 die Insel steht in Österreich. Da gibt es keinen Platz. So, wir klicken uns wieder durch den Wald. Ich muss, ich muss, ich gucke mir echt mal noch so. über Ersatzmäusern. Hier fallen die Bäume wie... Wie... Ey, sag mal, wir kent... Ey, wir sind auch so dumm, geh. Wir könnten doch theoretischerweise über dem Fluss eine Brücke bauen. Ja, das klingt eigentlich vernünftig. Ich bin dabei, Jungs. Ich mach... Ich mach... Ich will... Ich will Blueprinten. Das klingt eigentlich... Warte, dauert nicht lange. Ist sofort fertig. Moment. Hä? Der Ossi hat wieder Ideen, hä? Da klotzt er, hä? Der hat tatsächlich schon zweimal den Fluss überquedet. In der Zeit bin ich schon dreimal auslaufen. Oh, der ist auch kaputt. Dann frei. Baum fällt. Vorsicht. Ja, ja, nee, ich stehe hinter Baum. Da ging das... Oh, das... Oh, das Holz, das fliegt weg. Voll ins Wasser geflogen. Na, da haben wir nicht mehr so weit zum Tragen. Jetzt, das hab ich mir auch jetzt gerade so gedacht. Kann ich mir hier noch so einen Energy-Mix bauen? Nee, leider nicht. Schade. Pack. 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 So, warte mal. Ich muss hier mal ein bisschen umdisponieren. Ja. Da haut's die... Die Kanthölzer durch die Hütte. Ein Kanthölzer. Ist noch nicht mehr geschnitten. Dass mein Typ schon wieder so außer Atem ist, das geht mir auch schon wieder voll auf den Zünder. Oh, das hemmert bei mir in den Kopfhörern. So, Leute, wartet mal noch nicht bauen, ne? Na, 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 wir hatten hier einfach nur was zu zeigen. Oh, schon fertig. Entschuldige. Hoffentlich klappt das, dass du mit diesem Scheißding darüber fahren kannst. Obwohl, wenn er... Wenn du ja schon nicht ansatzweise gescheit über die Stufen laufen kannst, sondern... Ja, das... Cool bleiben, Jungs, cool bleiben. Ich bin am Tüfteln. Die roten hier drüben schon wieder die ganze Hütte ab. Hey, warte mal. Anwalt? Ja, aus, weg. Ich hör schon wieder welche. Ich, ich, ich wollt's grad sagen. Ich nicht. Bei mir ist nur ne Krähe am Schaden. Warte, 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 irgendwo. Ne, ne, ich hab schon wieder jemanden... ...gehört. Ist der Schlag, ich hab sie gesehen, links von uns. Ich glaube, der Baum gerade hinfällt. Ja, vielleicht hat er auf den Rudel gekriegt. Oh, wie viele Bäume hier rumliegen. Was ist denn das hier? Das ist ein Käfig. Klau mal, hier sind die Stämme von dem vollen Loks, let's. Jo. So. Ich kenn doch bestimmt das Rätsel mit dem Wolf, mit dem Schaf. Bitte. Cool. Ja, das kenn ich. Fang jetzt nicht mit sowas an. Okay. Okay. Ähm. 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 Weiß ich nicht, das geht nicht. Also, das wäre unsere Brücke hier, guck mal. Ja, ja, nee, ich hab vorhin schon gesehen, wo ich gerade unten war. Ja, nee, ähm. Oder ich mach's ganz anders. Äh, wieso seuften die ab? Ja, weil die durchhängt. Weil die tiefer ist. Hängebrücke. Ja, aber ob wir da durchlaufen können, ist jetzt wieder fraglich, ja? Ja. Aber müsste gehen eigentlich. Ich mach's anders, ich mach's anders, warte. Ja, guck und dein schlaues Buch. Ich hach jetzt weiter Holz. Was wir an Holz haben, das haben wir. Ich klatsche jetzt einfach Plattform an Plattform, weißt du wie? Mach, mach einfach. Ja, das wäre auch. Und so eine Plattform machen. Ja, der Gaud aus. Solange es außerdem hell ist, hier müssen wir... Guck, da können wir eigentlich Krach machen. Hacks, der Phoenix Hacks. Regen. Gibt's keine Ruhestörung in dem ganzen Mist. Ah, man sieht das halt immer so blöd hier. Musst ein bisschen mehr Wasser trinken, vielleicht nimmt das ein bisschen ab. Könnt ihr mal fix mitbauen, das dauert nämlich sonst übelst lang. Ja, ich bin dabei. Ja, ihr macht ihr, ich schlafe weiter Holz. Das Weg geht's dann schon. Jetzt hier drüben war noch eine Plattform dran. Könnte ich wieder nicht weg. Mach's die Blue Friends und ist jetzt die Stämme rein. Jetzt können wir auf jeden Fall noch einen dritten Lockslet bauen, gell? Dann, wenn das klappt. Da haben wir dann auch drei Buller brauchen. Ich bin noch ein ganz Starker. Ja, ich kann noch drei Buller brauchen. Äh, Leute. Ich hab, ich bin grad... Ach du Scheiße. Ja. Ich komm. Die Spinnen kommen, die Spinnen kommen. Nein, Days to Ride 25. Würdest du mich verarschen. Jetzt muss ich wieder dahin batschen. Äh. Ja, ich hab's grad gesehen. Äh, uncool. Echt uncool. Ich komm, wir sind scheiße, 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 scheiße. Wo ist mein Totenkopf? Wo ist mein Totenkopf? Da hinten. Fuck, 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 fuck. Ich muss schnell hin. Nein, du kannst doch nicht hin. Das Vieh rennt noch da hinten rum. Scheißegal. Obwohl, nee, es geht weg. Es geht weg. Alles klar. Alter, das müssen wir sofort töten. Das müssen wir sofort töten, Alter. Aber wie? Ich kenn' einen guten Witz. Vielleicht würd's ich dann totlachen. Das Dumme ist, ich hab jetzt echt und vielleicht im Flugzeug war gar nichts mehr drin, gell. Ich konnte nichts aufheben. Und ich hab das Vieh gesehen, in dem Moment ist der Baum zusammengestürzt und ich war genau neben dem Baum und krieg den Baum auf den Kopf und das Vieh kommt. Weil das gemeint ist, die meisten Bäume liegen ja da, wo das Vieh ist. Ja, ah, verdammt, Mann. Ich hab so'n Hintergrund gehört, so'n Knirschel, so'n Knirschel. So'n Ziehen, so'n Rä-t-t-t-t-t-t. Ich so, hey, was ist denn das? Du läufst halt direkt neben das Vieh rum, ne? Das war mir jetzt egal. Ich brauchte jetzt unbedingt mein Zeug wieder. Wo ist denn das? Oh, das kommt! Oh, es kommt halt volle Möhre auf ihn zugestimmt. Äh? äh, mit der Brücke, gell? Ich wiss nicht, weil wir das nicht lieber lassen. Ey, alter! Was ist die Phase? Ich baue mir jetzt eine Bombe. Ist mir jetzt egal. So, warte. Äh, was war's? Also, Platine, Geld. Ähm, ich wiss es nicht mehr. Platine, Geld, warte mal. Platine, Geld. Oh, ich wärts im Schwein. Äh, Saft. Was war's noch? Saft. Platine, Geld, Saft und... Stoff? Nee. Irgendwie brennt's. Ja, ich hab, äh, Molotow-Goktail draufgeschmissen. Von dem, wie kommt's voller Mal. Alter, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, alter. Das Vieh ist vor allen Dingen übel schnell. Nein. So. Ey, das gibt... Dreimal so schnell wie du. Alter, wir müssen jetzt echt ohne Mist Dingsbums bauen, gell? Oh, fast fallen. Scheiß auf diese Plattform. Toll, ey. Da hat man so einen schönen Platz, wo man Holz hacken kann. Dann kommt sowas. Und da hinten links kommen schon wieder welche geraten. Fünf check oder sechs. Alter, weg hier. Und tschüss. Macht's gut. Wir gehen ganz hoch. Ganz hoch. Nee, ich hab jetzt so gedacht im Hintergrund, hey, was ist denn das? Ich hab die Geräusche noch nie gehört, gell? Aber ich sag, gut, schlägst den Baum erst mal fertig, drehst dich um. Ich seh das Vieh, lauf zurück, krieg den Baum auf den Kopf und ich hab da... Ah! Ich sag, nein! Was ist denn jetzt los? Wo ist denn die Tür? Ich muss doch schnell was essen. Ja, ich auch. Vielleicht war's. Das ist das letzte Mal, was wir hier dann gegessen haben. Und speichern tue ich oben auch gleich. Ja, 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 ja. Alter, was? Ich muss noch mehr essen. Was ist denn jetzt? Jetzt bin ich wieder hängig hier wieder an der Kante. Alter, das Vieh siehst du bis hierher? Ja, ich hab's gerade auch noch gesehen. Nein, das ist... Oh, jetzt häng ich schon wieder hier zwischen. Scheiß Plattform. Fuck! Nein! Ich komme nicht mehr raus! Wo denn? Hier unten! Achter! Alter, wie geil! Soll ich schon mal einen Chops geben mit der Axt? So, ich speichere schon mal. Ja, stimmt, speichern wollte ich auch. Safety first! Ich könnte doch kotzen, ich komme hier echt nicht voraus! Es gibt immer einen Ausweg. Ja, ich habe jetzt die gerade hier die Mauer weg. Jetzt hänge ich richtig drin. Nicht die Mauer weg, hacken! Ich komme hier... Doch! Ich komme hier nicht mal raus! Ohne Mist! Ich kann hier machen, was ich will. Ich häng durch auf, fels. Da kommst du wieder raus. Ja, du warst ein Wasserfall. Ducken, springen, nacheinander. Jawohl! Achso! Ey, gleich reparieren! Ja, wartet doch mal! So! Ihr Pussys, jetzt kommen wir noch nicht mal am Tag raus. Ich sehe es aber nicht mehr. Ich gehe jetzt nochmal rüber, ist mir scheißegal. Ich auch! Habt ihr Schiss! Ich hänge jetzt gleich wieder unser Witze fest, bestimmt. Aber ich schaue mir noch mal schnell ein Energy-Dings ums Nehmen. Alter! Ja, alter Finne. Da ist das Vieh. Ja, da ist es noch da. Wo? Und da hinten sind auch noch viele. Hinter links. Das ist aber nicht das, was wir hatten. Das ist ein anderes. Oh nein! Jetzt kommt die auch schon. Die Elefantenfiecher, die Klaus Bärbel oder wie die auch immer hinsen. Ja, ja. Alter, wir sind so angeschissen. Pass auf. Ey, wir müssen jetzt fallen. Warte mal, da hinten rechts sind Eingeborene. Alter, wie laut! Ja, kannst du dir mal ein Beispiel nehmen? Wo bist denn du jetzt hin? Ich stehe hier. Ach nee, du. Okay, da hinten läuft ein Trupp und so ein Vieh. Äh, soll ich mal eine Falle... Bau bitte fallen. Ja, scheiß jetzt auf die Brücke, wir machen fallen. Alter, das geht gar nicht mehr. Das ist, das ist jetzt schon zu krass, ohne Mist. Ich versuche jetzt immer so, so nebenbei hier drüben jetzt so Holz zu holen. Ist mir jetzt egal. Obwohl mit der Brücke werden wir halt schneller mit dem Holz sammeln, ne? Ja, aber das ist wieder eine Gelegenheit für die Fiecher, dass die hier rüberkommen. Dann nehme ich jetzt lieber mir immer nur zwei Holz und lof hier hin und her. Ist mir jetzt so kackegal. Oder man macht halt echt nur die so fertig, wie sie sind. Und dann kannst du ja mal rüberspringen und sagen, ne, das ist auch zu groß. Ne, das war zu groß. Stimmt. Hä? Ach, das ist bestimmt... Ähm, ich hab hier was gebaut, da müsste dann mal jemand noch so eine Leiterplatte dran setzen. Ich hab zwar Leiterplatten, aber... Warte, ich komm. Christian, wenn du nichts mal reinpasst, legst du einfach daneben. Ja, ja. Oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, was jetzt in der Nachtmacher gleich abgeht. Äh, ich geh dann schlafen, ich hab einen ganz ruhigen geschlafen. Ach, nee, scheiße. Kann ich das wieder wegmachen? Obwohl, nee, das ist eigentlich gut so. Warum? Wenn die von der Seite ankommen, knallst du die da rein. Oh, vier, fünf. Eine Gruppe von fünf. Wo hast du eine Leiterplatte, wo brauchst du? Ah, hier. Hier, hier. Ich kann ja auch nichts dran wollen, hä? Ich hab doch Leiterplatten. Äh, okay. Ich hab auch Leiterplatten. Voll die Völlegeeränderung hier. Ja, geh lieber nicht zu nah ran, ne? Nee, nee, ich bin gerade auf der anderen Seite vom Fluss. Die sind jetzt quasi von links, da wo sie vorher waren. Äh, Sven, bauen wir noch einen Locksletter, bitte. Bauen wir noch einen Locksletter. Du, Brent. Bin dabei. Nee, das ist jetzt zu gefährlich, um darüber zu gehen. Die sind jetzt verdammt nah an den Baumstämmen. Oh, alter, was ist denn da los? Das ist schon wieder eine Demo. Ja, Richtung, Richtung blaue Flagge, ne? Ich seh's, ja, 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 ja. Wir sind jetzt gerade wie von der Tarantel gestochen, von links nach rechts gerannt. Mit Schill und so wieder. So, 21 brauchen wir da. Geh mal rüber zum Dorf und hol mal ein paar Stiggis. Die haben dich gesehen. Ja, die runnen auf dich zu. Und links ist auch noch einer. Alter, das sind sechs Leute. Unter eine brennt. Alter, lass deine Feuerwerkskörper bei dir, du blöd Mann. Die holzhacken ist jetzt auch nicht mehr. Ja, wir brauchen ja zum Glück nicht viel. Soll ich mal so ein Shell dann mal hochfahren? Ja, fahr mal den eben vollen schon mal hoch, bitte. Und ich, warte mal, ich muss ihm mal ganz kurz in Sicherheit ein bisschen kurz geben. Ich muss mir jetzt nochmal eine Kopfbombe bauen. Also Platine, Geld, ach Uhr, eine freiliche Uhr. Und was hat ich gehabt? Alkohol. Bäm. Und jetzt einen Kopf dazu. Bäm. So, hier, 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 dreckigen Pisser. Wo sind sie denn? Da war ein ganzes Rudel. Wo sind sie weg? Ach Mann. Jetzt hätt ich die alle mit Inschlag vernichten können. Ey, Leute, Alter, ohne Mist, gell. Das wird echt pervers langsam. Ich hätt das jetzt nicht so gedacht, dass das so krass wird. Na nu. Warum kannst du dich nicht anbauen? Was ist da los? Platine, oder? Wo willst du denn? Nee, hier. Kannst du nicht dran bauen? Ah, jetzt. Alter, Alter, hinter dir, hinter uns. Komm, tschüss. Wie viel sind das? Wie viel sind das? Einer. Rekt dann weg. Ja, ich glaub, die können wir echt umbrüggeln. Wenn sie allein ist. Die sind zu zweit. Die hat Platze. Ich bin selber dran schuld. Es geht wunderbar, wenn die alle so scheiße aussehen. Können wir uns eigentlich gegenseitig verletzen? Ja. Geht auch. So, jetzt. Gibt sie. Da ist ja noch einer. Wo denn? Ich muss mir jetzt noch so eine Dose klauen. Sorry, ey. Nee, ich muss schnell die Falle noch fertigstellen. Das hilft alles nicht. Ah, der Typ hat schon wieder Feuer. Äh, mit C. Der braucht Feuer. Ja, ja. Ja. Warte doch mal. Falle ist... Ich muss... Ganz schnell was trinken, sonst kann ich ja nichts machen. Falle ist fertig draußen, die eine große. Der Baum brennt. Ach du scheiße, das hab ich noch nie gesehen. Was für ein Baum? Hier draußen der Baum brennt. Die eine Falle, die wurde schon ausgelöst. Kann man die eigentlich dann wieder reaktiv? Ja, ja. Mit E. Außer die, äh, äh, Bomben-Dinger. Da hat der Typ mit der Fackel rennt auf den Baum hoch. Dass er runterkommt, er soll ja runterkommen. Komm runter. Bastard, Elender. Du. Vorsicht, hier falle nicht durchlaufen. Ah, scheiße. Wollt ihr ab? Sind das schon wieder welche? Wo ist denn der Loch-Sled? Ich hab doch hier vollen Loch-Sledchen gemacht. Na ja, voll ist er jetzt nicht mehr. Na toll. Wir müssen hier drinnen die Plattform wieder bauen. Wer läuft denn immer in die Fallen rein? Sagen wir, ihr habt ja alle dünne Tinte gesoffen. Ah, jetzt bin ich drinnen. Oh, wir müssten eigentlich auch ein Folgen-Päuschen machen, ne? Ja, voll. Vor allem in der Nacht. Prima. Noch drei Stück. Beyer hab ich. Ich save. Oh, ich noch eins. Ich save jetzt trotzdem. Äh, hopp. Hä? Hab ich mich gezählt? Hör auf zu saufen. Ohne Scheiß. So. Naja. Ich weiß nicht, das Feuer ist auch da. Jawohl. Ich hab Turst. Ich hab gedacht, letztens hat's geregnet. Was ist denn los? Ja, das Ding. Hier ist noch was drin, ne? Oh, schön. Das war leer. Da hat's wieder ausgesoffen, diese alte Gersau. Loll, schnell noch was gegessen. Und dann können wir ein Folgen-Päuschen machen. Boah, Alter, das gibt's ja gar nicht. Uh, also, wir werden jetzt besucht von Klaus und Klaus. Ja, Klaus, Geber, Bärbel, Harald, Junge. Ingrid und Klaus. Die sind da, sie kommen und sie werden uns irgendwann holen. Nichtsdestotrotz würden wir uns freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet, wenn der Terror weitergeht. Ich hab schon wieder was gehört draußen. Ja, Terror in the Wood. Auch das nächste Mal wieder mit dabei. Der Christian, Phoenix, Darko und der Hanni, der Victim of Games. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und fleißig liken, bis dann. Ciao. Servus, Leute. Tschüss.